Warum nicht? Weil ich alt bin. Sehr, sehr alt. Oh. Und deswegen musst du die Ninjas anführen. Aber du musst mir auch versprechen, einen anderen Weg zu gehen. Katztastisch geht es weiter mit Lego Ninjago, der Film. Also gut, wir sind mit Cole unterwegs und jetzt geht es direkt weiter in der Geschichte. Mal sehen, was uns heute erwarten wird. Seid ihr bereit? Los geht's. Nun, Generäle. Jedes Mal, wenn ich Ninjago erobern will, funken mir diese Ninjas dazwischen. Wer sind diese Super Ninjas überhaupt? Jedes Mal, wenn ich einen neuen Plan ausgeheckt habe, durchkreuzen sie ihn. General Nummer eins, wollen sie Mitläufer oder Anführer sein? Äh, Anführer? Wie können sie es wagen? Sie sind gefeuert! Gut, dem grünen Ninjago habe ich gesagt, ich würde mit einer Überraschung zurückkehren. Eine großen Überraschung mit etwas. Pfiff. Verzeihung, Sir. Du störst. Verzeihung, Sir. Wir haben gerade das hier entwickelt. Gib das her. Uh, Gamma de laiki. Äh, wo kommt diese Meditationsmusik her? Hey, Reto, Master Wu ist wieder da. Hallo, Schüler. Master Wu! Haben Sie gesehen, wie wir es Garmadon gezeigt haben? Wir haben ihn besiegt. Papa Bärm! Ich habe euch kämpfen sehen und ich habe Garmadons Rückzug gesehen. Besiegt habt ihr ihn aber nicht. Was? Ihr werdet Garmadon erst dann wirklich besiegen, wenn ihr die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtet. Ihr habt die Macht, die Schlacht zu gewinnen, ohne zu kämpfen. Benutzt euren Kopf, dann braucht ihr eure Mechs und Maschinen gar nicht. Nia, du kannst Wasser erschaffen. Ganz ohne Hilfe. Wow! Und Kai, Feuer. Wow! Jay, Blitz. Und Kai, Nia. Kohl, Erde. Oh, cool. Wir drehen uns beide. Und Seen, Eis. Eis ist nett. Eure Ausbildung wird euch zum Sieg führen. Und, ähm, was ist mit mir? Was ist meine Kraft? Leute, deins ist das wichtigste Element von allen. Okay, raus damit. Deine Elementarkraft ist grün. Das bedeutet? Leute. Kann ich Gold sein? Nein. Wind gibt's noch. Kann ich Wind sein? Es reicht. Leute, komm mit, wir müssen reden. Und ihr übt eure Spinjizu. Master Wu, Sie verstehen nicht. Waffen allein werden dein Problem nicht lösen. Ich habe jede erdenkliche Waffe in meinem Dojo. Große Waffen, Kleiderwaffen, scharfe Waffen, stumpfe Waffen, sogar die ultimative Waffe. Und warum hast du sie versteckt? In den falschen Händen könnte die ultimative Waffe den Untergang für Ninjago bedeuten. Dann leg sie in meine Hände. Was spielt es für eine Rolle, wie wir Garmadon besiegen, solange wir ihn besiegen? Auch ich fühle mich für die Sicherheit Ninjagos verantwortlich. Aber ich werde nicht immer hier sein, um euch auszubilden. Warum nicht? Weil ich alt bin. Sehr, sehr alt. Oh. Und deswegen musst du die Ninjas anführen. Aber du musst mir auch versprechen, einen anderen Weg zu gehen. Einen, den nur Garmadons Sohn gehen kann. Ganz egal, wie schwer es auch werden wird. Ich würde sofort den Titel des grünen Ninja abgeben. Wenn ich dadurch auch aufhören könnte, der Sohn von Garmadon zu sein. Da draußen ist zweifellos ein feines Wetterchen. Aber wenn ihr jetzt nur einen Tag nach Garmadons Angriffen unten am Strand seid, solltet ihr euch fragen, ob ihr vielleicht lebensmüde seid. Okay, wir sind jetzt schon unterwegs, denn Garmadon ist zurückgekehrt. Und nein, die armen Bewohner. Wir reiten am Strand an. Wir müssen die Leute dort retten. Ich orte mehrere Feinde in unmittelbarer Nähe. Plus Zivilisten. Und zwei Ninjas. Das sind dann wohl wir, Zane. Dann ist meine Analyse also korrekt. Gibt es keine anderen Städte, die Garmadon angreifen könnte? Ich habe Angst. Dafür bekomme ich Bewegung. Es ist Garmadon schon wieder. Okay, jetzt spielen wir mit Zane und Nia. Es kann losgehen. Puh, ziemlich spannend. Meine Lieben, hier kommt direkt mal der Hinweis. Falls euch das Video gefällt und ihr sagt, Mensch, Ninjaku ist super spannend, dann lasst einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr noch mehr Videos von dieser Serie sehen möchtet. Also ihr seht schon. Ach du grüne Neune. Ganz genau Nia. Wie ihr sehen könnt, ist Garmadon zurückgekehrt in einer großen, fiesen Maschine. Und was erzählen sich da Nia und Zane die ganze Zeit? Es geht hier um diese Maschine. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, wir müssen Garmadon erneut aufhalten. Nur diesmal hat er eine große neue Waffe, einen großen Roboter. Und hier lernen wir, wie wir mit Zane Scharfschütze spielen können. Also mit Pfeil und Bogen agieren. Das heißt, wie wir damit umgehen. Zack, bumm, bäm, geschafft. Und Kanone. Oh nein, das ist eine Art Soundanlage. Das ist so laut, dass das ganze Glas zerspringt. Ja super. Jetzt können wir da aber rein, um hochzukommen. Gratis Kratzeis? Kratzeis ohne Sirup. Das heißt, das ist einfach nur Wasser. Toll. Wow, was ist hier los? Okay, dann zack. Gut gemacht, Zane. Das ging kurzerhand mit Pfeil und Bogen. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier alles bauen können, um wieder durch Ninjago zu kommen. Es kann doch nicht sein, dass Garmadon direkt einen Tag nach dem Angriff Ninjago erneut angreift. Was hat er davon? Was ist sein Ziel? Was meint ihr? Warum tut er das? Das ganze Leben dreht sich ums Gleichgewicht. Sagt Master Wu immer. Das stimmt, Master Wu hat immer recht. Aber sagt mal, warum Garmadon das macht. Was ist eure Idee? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ui, 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 ui. Das war knapp. Oh, oh. Ein Krabbenroboter. Da sollte man gut aufpassen. Ich habe gerade deine Pläne über den Haufen geworben. Rate, bis ich dich zwischen die Scheren bekomme. Wow, wow, wow. Ich sollte lieber auf Abstand bleiben. Moment mal. Oben, unten, unten. Das ist der Code. Okay, Zane. Zeig mal, was du kannst. Oh, schaut mal. Wir haben anscheinend dieses Schild manipuliert. Da zeigt sich jetzt eine Zielscheibe. Und zack. Wow. Au, Achtung. Ich glaube, das fällt jetzt runter. Und? Oh, nicht weins. Oh, ho, 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 ho. Wer das Schild aufgestellt hat, hat keine gute Arbeit geleistet. Stimmt. Wir sollten dem Leben in irgendwann mal danken. Okay, dann mal weiter. Zane. Jetzt hab dich noch nicht so. Der Schildbauer kann doch nichts dafür, dass es so unsicher war. Aber immerhin hat uns das jetzt das Leben gerettet. Wer weiß, wie wir sonst an diesem Graben-Typen vorbeigekommen wären. Achtung, Achtung. Da kommen jetzt ein paar Leute von Garmadon. Diese Fieslinge. Den müssen wir zeigen, wo der Hammer hängt. Boah, nimm das. Sehr gut. Achtung. Wow, 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 wow. Das ist ja fast wie ein Tänzchen auf dem Parkett. Achtung. Wow. Hey, hey, hey. Moment mal. Oh nein, Zane. So, jetzt Achtung. Wir haben ja noch ein paar andere Kampftechniken. Oh nein, was ist das denn? Das kennen wir doch noch. Aus der ersten oder zweiten Folge. Diese komischen Kettenroboter. Oh nein. Ein Haimann. Einer der Generäle. Gut, mit Pfeil und Bogen kriegen wir da einiges hin. Aber leider nicht alles. Daher müssen wir unsere Taktik ändern. Juhu. Und Kada-Bang. Das war ein Schlag. Das können nur echte Ninjas. Wow, wow, wow. Achtung. Upsala. Zack, zack, zack. Sehr schön. So, Achtung. Das machen wir auch mal kaputt. Diesen komischen Fischstand hier. Vielleicht finden wir da etwas. Auch wenn ich das nicht unbedingt glaube. Oh, ziemlich rasant hier. Wie ihr sehen könnt, voller Action. Das ist immer so, wenn ein paar Rüfel kommen und versuchen uns aufzuhalten. Aber ihr geben nicht auf und zeigen denen, wo der Hammer hängt. Garmadons, Leute, können sich auf etwas gefasst machen. Oh, was passiert jetzt? Achtung, Achtung. Oh mein Gott, was war das? Heiliger Bim Bam. Was war das? Ich glaube, wir sollten dieses Tor mal öffnen. Und das können wir mit unseren Greifhaken. Achtung, zack, Bim Bam. Und auch Dunia. So, hoch damit und ziehen. Sehr schön. Aber was ist der gerade abgestürzt? Oh, schon wieder. Ach, das ist dieser Kettenroboter. Oh, Moment. Jetzt gibt es eine Linealitätsmarke, die wir jetzt verdient haben. Jetzt können wir wieder eine Sache verbessern. Zum Beispiel Aufstieg des Drachen. Das ist ja der Angriff, mit dem wir praktisch nach oben steigen und den Gegner dann zum Boden bringen. Gesundheit wiederherstellen finde ich gar nicht mal so schlecht, falls wir ein paar Schwierigkeiten haben und unsere Leben ausgehen. Gut, das ist jetzt, glaube ich, eingestellt. Wir haben das und los geht's. So, mal sehen. Was gibt es hier noch? Ein paar Bauteile, Bauschutt, das können wir alles kaputt machen. Vielleicht kriegen wir dadurch weitere Bauteile, die interessant sein könnten, um hier im Spiel voranzukommen. Oh nein, die arme Frau da oben auf dem Balkon. Habt ihr sie gesehen? Ich habe total Angst. Wir müssen uns wirklich Mühe geben. Wir müssen die Leute hier verscheuchen. Garmadons, Leute, können doch nicht immer wieder hierher zurückkehren, um den Iago kaputt zu machen. So schnell können wir das Ganze gar nicht mehr aufbauen. Hey, was bist du denn für einer? Da stand er einfach nur rum. Der wollte irgendwas von diesem Fischstand. Habt ihr, esst ihr gerne Fisch? Und wenn ja, was ist denn euer Lieblingsfisch? Schreibt es mal in die Kommentare. Oh, Achtung. Da ist wieder dieser Tintenfischmann. Den kennen wir schon aus der letzten Folge. Oder aus der vorletzten Folge. Nee, der war in Folge 2. Der kam sogar vor dem Intro vor. Daran erinnere ich mich noch. Den fand ich so lustig. Hey, 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 hey. Der Wirbel ist ziemlich gefährlich. Von dem sollten wir uns in Acht nehmen. Komm schon, Nia. Zeig mal, was du kannst. Mit deinem Speer. Und auf dem Boden mit dir. Wow. Das war super. Hey, diesen Tintenfischfut hätte ich gerne mal angezogen. So, wie kommen wir hier an diesem Feuer vorbei? Ach, schaut mal. Hier ist eine Wand. Da können wir hochlaufen. Wie echte Ninjas. Und abspringen. Oh, oh. Elektrisierend. Da können wir nicht durch. Hm. Nia, vielleicht kannst du hier was tun. Einfach mal Speer rein und aufknacken wie eine Nussschale. Und wow, Achtung, Achtung. Elektrizität ist ziemlich gefährlich. Davon sollte man sich fernhalten. Aber jetzt können wir hier durch. Dadurch, dass wir das kaputt gemacht haben, ist... Oh nein, Hopsala. Nia, du bist nach oben? Nein, ich bin aus Versehen auch noch mit Nia runtergesprungen. So, na gut. Kein Problem. Wir laufen nochmal die Wand hoch. Wo bist du, Zane? Okay. Nia, übernimm du mal. Kurz hochlaufen. Komm, rüberspringen. Wie ein echter Ninja. Wer von euch spielt denn eigentlich draußen auch mal so mit seinen Freunden? Als wäre man selbst ein Ninja. Das finde ich immer super spannend. Durch Gebüsche. Auf Bäume klettern. Das ist echt Abenteuer pur. So, das macht Spaß. Achtung, da unten schießt jemand auf uns. Hopsala. Das war eine knappe Sache. So, wow, 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 wow. Hey, 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 hey. Das sind schon wieder so viele von euch. Heiliger Strohsack. Was soll das denn? Na, komm schon. Boah. Guter Schlag. Das war nicht schlecht. Nia, übernimm du. Sehr schön gemacht. Und wir sind jetzt... Wow, der war ja noch in der Luft, der gute Zane. So, das wäre dann erst einmal erledigt. Ganz viele Stats. Oh, hier ist noch jemand verwirrt. Zack. Sehr schön mit Pfeil und Bogen besiegt. Okay, wie geht es jetzt hier weiter? Hier ist eine Tür. Ob wir da wohl durch können? Ah, hier ist etwas. Los, Nia und Zane. Zieh mal kräftig dran. Oh, ein paar Bauteile. Oh, was ist das denn? Ja, ich glaube, wir müssen hier das Feuer löschen. Mal sehen, was so funktioniert. Wir sollten Wasser reingießen, Nia. Ja, wir müssen Wasser reingießen. Da kommt aber gerade kein Wasser. Ah. Schaut mal. Da ist Wasser drin. Ich glaube, wir müssen das nochmal kaputt machen, damit wir das auf der rechten Seite zusammenbauen können. Schaut mal. Hier können wir nämlich das Wasser aus dem Tank in die Feuerwehr übertragen. Seht ihr das? Schaut mal. Da ist der Wassertank. Und hier wird das durch das Rohr gepumpt, damit das Tank hier in diesem Feuerwehrauto in den komischen Wassertanks drin ist. Dadurch hat das Feuerwehrauto jetzt in den Wassertanks Wasser und wir können dann die Spritzpistolen, würde ich sagen, Spritzkanonen, wie auch immer, links verwenden. Achtung. Seht her. Ich glaube, das wird so funktionieren. Achtung, genau jetzt. Jetzt wird gepumpt und Wasser marsch. Da kam sogar ein Fisch raus. Der Weg ist frei. Wir können weiter. Dann mal schnell. Oh, was ist dann hier los? So viele Leute von Garmadon. Oh Gott. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, vielleicht sollten wir wirklich damit aufhören. Aber jetzt lasst uns mal schauen, wie es hier weitergeht. Das sieht wirklich gefährlich aus. Wir müssen uns einen Weg suchen, um hier voranzukommen. Und überall wird geschossen. Oh nein, hier ist Feuer. Hier kommen wir nicht durch. Was ist das hier? Ein Rettungsboot? Können wir dieses Rettungsboot verwenden? Ich weiß es nicht. Was ist hier drin? Vielleicht können wir da etwas Nützliches finden. Los, Mia, mit deinem Speer. Und wow. Ganz viele Lego-Bauteile. Das ist das Tolle an Lego. Man kann etwas zusammenbauen. Man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und einfach aus verschiedenen Lego-Bausteinen für die passende Situation kurz etwas zusammenbauen. Was ist vor allem dann auch interessant, wenn ihr selbst mit Lego-Bauteilen etwas baut und dann so eine kleine Geschichte erfindet. Und dann braucht ihr Hilfe. Dann nehmt ihr einfach Lego-Bauteile und baut die Lösung daraus. Wow. Achtung, Achtung. Ganz viele Bauteile. Mal sehen, was wir daraus zusammenbauen können. Los, Zane. Mal sehen, was das wird. Vielleicht auch eine Spritzpistole, eine Spritzkanone. Irgendetwas in die Richtung. Ich kann es noch nicht erkennen. Ach, da hinten wird das Gebäude. Ah, schaut mal. Kanonen. Na dann mal rein mit uns. Mal sehen, wie das funktioniert. Wow. Wow. Hier wird einfach querbeet geschossen. Wow. Diese Kanonen sind echt nicht von schlechten Eltern. Die schießen echt präzise und gut. Und effektiv sind sie auch, um diese komischen Flugroboter zu zerstören. Sehr schön. Wow. Und hier. Achtung. Links, links. Die schießen alle auf uns. Ach, da unten auf dem Boot. Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Überall sind Gegner. Sehr schöner Schuss. Und. Ja, Achtung. So. Haben wir jetzt alle? Nein, da oben noch einer. Du bist der Letzte. Geschafft. Wow. Sturzflug. Wow. Oh. Im Wasser gelandet. Kann uns eigentlich egal sein. Wir haben den Part erst einmal erledigt. Niedalitätsmarke verdient. Hui. Also heute geht es ziemlich rasant zur Sache. Aufsteigender Drache. Was können wir verbessern? Größere Schockwelle. Preschen. Mehr Steinchen. Preschen finde ich gar nicht mal so schlecht, weil wir das ab und an auch tun. Das ist dieser Bodycheck von der Seite. Ziemlich effektiv, wenn ihr mich fragt. Gut. Neue Aufgabe. Begebt euch zu den Mechs. Wir sollen also zu den Mechs? Die Boote könnten uns weiterhelfen. Ja, Sane hat recht. Die Boote können uns wirklich weiterhelfen. Aber vielleicht sollten wir jetzt dann nach vorne zu den Mechs. Es wird auf jeden Fall spannend, meine Lieben. Danke fürs Zusehen. Rechts umkommt ihr zur nächsten Folge von Ninjago. Rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten, nicht vergessen, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wäre doch schade, oder? Klickt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt. Bis dann!